Ja, moin moin meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich freue mich, dass ihr auf mein Video geklickt habt. Eine weitere Folge BrickRicks, heute mal mit einem Fahrzeug der Deutschen Bahn, in Baureihe 143. Und wenn ich mich nicht täusche, ist dieses, diese wunderbare Lok, ähm, von, äh, 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 Turtle. War's Turtle? Muss ich mal ganz kurz gucken. Hier sieht man es auch noch schön mit Detor. Sehr schönes Gerät, eine, äh, Elektrobahn, keine Diesel-Lok. Bin ich auch sehr spannend. Schade, gibt leider keine Oberleitung. Oder hab ich zumindest nicht im Workshop gesehen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob es da sowas ähnliches gibt, irgendwie sowas. 143 von Turtle, genau. Hier ist ein German-Train-Engine von der Deutschen Bahn. Jetzt, jetzt go! Ja, mein, mein Deutsch nicht gut, aber Deutsche Bahn gut. Wir werden mit diesem, äh, Zug heute ein paar Crash-Tests machen. Und zwar steht hier ganz hinten auf den Gleisen, also wirklich ganz da hinten. Fliege erstmal hinter, lalalala. Oh nein, was seht ihr denn da vorne? Da steht doch nicht wirklich ein Truck. Ja, ein bisschen zu weit gesumt. Ein Truck steht hier. Und zwar werden wir heute mal in den Reihen knallen. Ähm, ein wunderbarer M1-Truck. Und mal schauen, wie der sich denn so verhält, wenn wir hier, äh, reincraschen. Bin mal sehr gespannt. Und würde sagen, wir steigen in unseren Zug ein. Wobei, ich muss da gar nicht hinfliegen. Rein in die gute Stube. Macht auf jeden Fall guten Alarm, dieses Ding hier. Und ich würde sagen, wir fahren mal langsam los. Ja, Elektro-Zug macht keine Geräusche, ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen am Quietschen. Ja, ja. Ich hab den jetzt auch mal nicht auf God-Mode gestellt. Es könnte sein, dass wir, ihr kennt ja die Strecke hier wahrscheinlich selber. Es könnte natürlich sein, dass wir, ähm, auf dem Weg dahin schon vorunfallen. Ich gebe mir aber größte Mühe, dass das nicht passiert. Und, ähm, wenn der Weg dorthin ein bisschen schleppend geht, mache ich einfach geile Cuts. Ist ja ein Video. Muss man die alles am Stück aufnehmen. Oh, die Kurve geht schon hart. Und werde einfach nur den Crash zeigen. Aber bis jetzt halten wir uns ja ganz gut. Auf geht's. Gas geben. 60 kmh. Ich glaube, die gefährlichste Kurve wird die jetzt hier vorne erstmal. Oh Gott, das dauert ja ewig, ey. Komm schon, Zug. Mehr Power. Mehr Power. Oh Gott, die Kurve geht langsam, langsam, langsam. Wie sieht's hier drin aus? Ey, das quietscht alles hier um uns rum. Horn with num 1. Okay. Okay, danke, danke. Das war laut. So, einmal die Kurve, Ralf. Die Kurve. Oh Gott, oh Gott, das habe ich mir dabei gedacht. Warum habe ich den LKW so weit weggestellt? Ja, gut. Was tut man nicht alles für die Klicks, ne? Fährt mal ein bisschen durch die Gegend. Passiert erstmal gar nichts. Dafür entschuldige ich mich. Dachte, es wird gleich ein bisschen mehr Action geben, sodass der Zug schneller ist. Vielleicht habt ihr... Nein! Oh, oh, bläh. Toll. Gute Arbeit, Ralf. Ja, gut. Dann werden wir mal versuchen, den Zug hier wieder einzugleisen. Das ist immer der größte Spaß. Passt mal auf, da fliegt sowieso gleich durch die Welt, so wie ich den Zug... Ja. Dann machen wir kurz den God-Mode an. Und versuchen, den Zug hier wieder draufzustellen. Das ist sowieso das größte... Entschuldigt den Ausdruck, aber rumgeficke hier. Ja, ihr seht selber, der mag das nicht so wie ich. Das ist aber... Zum Glück ist das Gleis eigentlich ganz gerade, ne? Also das kann schon klappen, Leute. Pass auf. Wenn wir ein bisschen Glück haben... Ah! Boah! Ganz knapp. Er ist ein bisschen am rumflippen. Es wäre so geil, gäbe es eine bessere Methode, die Züge hier drauf... Die Züge hier draufzustellen... Ah! Ne, auch nicht. Wahrscheinlich... Wisst ihr was? Ja, ja, ich habe es schon verstanden. Du magst es nicht. Wir fahren aber von der anderen Seite. Weil damit definitiv ein Stück Gleis, das gerade ist. Und zwar hier. Wobei... Auf der Brücke hier sollte ich ja eigentlich... Wow. Wenn es nicht alles so schnell wäre. Ah, okay. Jetzt habe ich es auch sehr langsam gestellt. Okay. Drückt mir die Daumen. Ah! Beinahe. Jetzt steht der Zug hier quer. Da könnte man auch mal mit dem Auto reinfahren, ne? Aber gut. Wir wollen ja eigentlich in den LKW fahren. reinfahren und nicht in den Zug. So, jetzt kommt bitte, Ralf. Bitte. Komm. Ah! What the fuck? Ja, moin, Alter. Geil. Klappt ja wieder prima hier. Ähm, ich komme gleich wieder, wenn ich das geschafft habe, den Zug auf die Gleise zu stellen. Oh mein Gott, Leute, der Zug steht. Ey, Alter, was? Wie lange hat das denn gedauert? Aber ey, was willst du denn machen? So ist es normal. Wir stehen endlich auf dem Gleis. Ähm, wenn... Vielleicht hatte jemand einen guten Trick oder eine Idee, wie man solche Züge auf den Gleisen besser spawnt, als das, was ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir unterwegs. Ich mache mal wieder den God-Mode aus. Endlich fahren wir mal. Und ich hoffe, dass der Crash, ähm, der jetzt da kommen wird, sich lohnt. Hallo Zug? Ey, nein, sagt bloß, wir fahren bergauf hier auf der Brücke. 13 kmh? Was zur Hölle, Alter? Gut, ich würde sagen, da brauchen wir mal nochmal kurz einen Zeitraffer. So, endlich rausbeschleunigt, Leute. Hurra, hurra, 40 kmh. Natürlich wieder aufpassen, dass wir nicht aus der Kurve fliegen. So richtig viel Zeit zum Beschleunigen habe ich hier nicht. Weil da gleich diese Kurve kommt. Ich habe mir aber auch eine beschissene Stelle mit dem LKW ausgesucht. Ich dachte, ja, komm, ist ja ganz cool hier, so bezüglich. Oh, Alter, Leute, passt auf, ey. Du wirst jetzt nicht aus den Gleisen fallen. Sonst war die ganze Mühe umsonst. Okay, 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 wir fahren, wir fahren. Jetzt gebe ich, jetzt gebe ich Vollgas. Jetzt ist mir egal. Jetzt tun wir einfach so, als würden wir das Gequitsche der Reifen, der Reifen soll ich schon, der, der Retter nicht hören. Ich habe den aber auch echt gut geparkt, den LKW. Muss man mir wirklich lassen. Da habe ich wieder richtig gute Arbeit geleistet. Jetzt nicht aus den Gleisen fallen. Fahr nicht. Na, sein! Das kann doch nicht mal A sein, ey. Alter. Okay, wir müssen die Szene neu machen. Das geht nicht. Was habe ich denn mir dabei gedacht, ey? Ey, Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, diesen Zug da jetzt zu spawnen. Aber ich glaube, ich habe eine Methode rausgefunden. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee. Und zwar, ich muss den Zug ein bisschen über den Schienen droppen. Hurra, wir haben es geschafft. Gott mit Aus, ganz wichtig. Und Gas geben, würde ich sagen. Aber so richtig Gas. Komm schon, Ralf. Jetzt crashen wir. Ah ja, im Übrigen, der LKW steht jetzt ganz am Ende von dieser Brücke, von dieser wunderbaren hier. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, dass wir jetzt so einen kleinen Crash vor uns haben. Ich werde mal ganz kurz die Geschwindigkeit angucken. 40 kmh. Ich lasse mal die Geschwindigkeitsanzeige an. Und rechts, dann könnt ihr mitfiebern. Mal schauen, mit wie viel kmh wir einschlagen. Ich hoffe, wir kommen so an die 100. Das ist eine gerade Strecke. Plus, wir haben noch einiges am Weg vor uns. Die, die, wieder am quietschen hier das Ganze. Sollte ich mal ein bisschen ölen das nächste Mal? Wir sind bei 80 kmh. Ich weiß auch, ich hoffe nicht, dass er, also, wenn der Zug jetzt auch noch aus den Gleisen springt, ja, dann fahre ich, dann fahre ich vom Stuhl so. Dann ist echt Feierabend. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber wir nähern uns endlich dem LKW da vorne. Wahnsinn, ey. Wie viele Minuten sind gerade das, ich habe keine Ahnung, wie lange das Video schon läuft, aber, ey, guck mal 100, 100. Okay, immerhin, ein Ziel haben wir erreicht. Wir sind auf jeden Fall über 100 und es sieht wirklich gut aus. Wir fahren da jetzt drauf zu. Ich gehe auch gleich in die freie Kamera. Macht gleich die Slow-Mo an, Leute. Und dann gibt es den richtig fetten Crash in 3, 2, 1. Slow-Mo und rein in die Uschi. Komm schon. Ja, unspektakulär bis jetzt. Okay, der LKW. Oh, ja, der Zug. Der LKW ist ja bombenfest. Jetzt sagt bloß, ich habe den God-Mod angelassen bei dem LKW. Wir machen ein bisschen Geschwindigkeit raus. Und zwar jetzt. What? Alter, was? Dafür habe ich jetzt so viel Zeit verbraucht, um diesen beschissenen Crash mehr anzugucken. Are you kidding me? Alter, was denn hier passiert? Jetzt sagt bitte nicht, ich habe God-Mod im LKW an, ey. Das wäre so ein Egel. Ah! Ich habe God-Mod an. Alter, Ralle, ey. Ah! Na, Bob, bist du stolz auf dich, wie du geparkt hast, ja? Bist du stolz auf dich, was du hier wieder angestellt hast? Das kostet dem Speditionsunternehmen wieder Tausende von Euro. Aber nein, Bob, pass auf. Was sehe ich denn da? Dahinten steht ein Zug auf dem Gleis. Katastrophe, Leute. Katastrophe. Michael, Mini, Merk und Jagunis, würde das auch so sagen. Grüße gehen raus an Steel Buddies. Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Deswegen sorry dafür, dass ich ein bisschen gebuttert habe. Und los geht's. Wir haben es endlich geschafft, Leute. Kein God-Mod an, der Zug steht. Wir fahren los. Ich sage euch, lange nicht mehr so viel Zeit ohne Aufnahme in dem Spiel verbracht hier. Wie hier gerade, ey. Das mag nicht so richtig. Aber gut. Wir wollen einen Train-Crash sehen. Der soll in den MAN-Truck reinfahren. Dann muss man das einfach machen. Was willst du tun? Hashtag, was willst du tun? In die Kommentare. Ah ja, übrigens, so ein Like und so. Kommt auf meinen Discord. Gibt es übrigens ein Gewinnspiel? Kommt einfach auf den Discord. Schreibt, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Wow, für Brick Ricks. Nein, Alter. Was der... Und dann verlose ich das Spiel. Aber wir haben echt nur Pech heute, oder? Wir haben echt... Na, moin, Alter. Let's go. Da drin alles okay? So, ja. Fühlst du dich wohl? Ja, ich weiß. Es ist nicht die Gleise, wo du hier gerade unterwegs bist. Aber immerhin ein Crash. What the fuck? Endlich ist mal was kaputt gegangen in der Folge. Mann, 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 ey. Na gut. Auf geht's wieder auf die Gleise stellen. Wir kennen ja das Prozedere. Neue Runde, neues Glück, Leute. Wir versuchen es wieder. Diesmal nicht so weit weg. Nicht, dass ich wieder entgleise, bevor ich überhaupt auf diesen LKW zu fahre. Mal gucken, wie viel KMH wir hinkriegen auf dieser kurzen Strecke. Vielleicht auch nicht der schnellste Zug hier. Diese 143er dB-Lok. Vielleicht sollte ich mal was anderes ausprobieren. Aber gut. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Okay, heute machen wir mal, haben wir immer Spaß mit der dB-Lok. Wir sind gerade auf 60 KMH. Das ist schon mal nicht schlecht. 70 erreichen wir nur. 70 unten rechts könnt ihr sehen. 70 und 70 haben wir erreicht. Und wir crashen diesmal rein. Es wird, es wird endlich, es wird klappen, es wird klappen. 3, 2, 1 und rein in die Uschi. Mit 70 KMH. Uh, da, okay, da passiert schon mal ein bisschen mehr. Wir haben vorne den, okay, den LKW an der Seite schon mal geöffnet, ne? Für einen netten Seiteneingang. Der Zug ist einfach mal komplett stehen geblieben. Dem ist einfach gar nichts passiert, ne? Ja, da freust du dich, ne? Aber hier, der LKW liegt auf der Seite. Ich würde fast sagen, entweder ich brauche also mehr Geschwindigkeit, logisch. Oder, oder der LKW ist einfach zu massiv gebaut. Äh, ja, Respekt, ne? Das Ding ist einfach stabil wie Sau. Was willst du dir machen? Ähm, ein Versuch. Die Gönner hat's. Äh, ein Gönner hat's. Ein, na, na, hier, Gönnung, ne? Hier, Ralf, na, Gönnung. Ich habe den Truck jetzt mal ein bisschen anders positioniert. Und zwar habe ich die, nur den Hänger hier stehen. Also die hinteren Achsen, wie ihr sehen könnt, stehen auf den Gleisen. Und vorne die Zugmaschine ist erstmal gar nicht involviert. Weil ich einfach hoffe, dass der hinten nicht so stabil ist. Gucken wir mal rein. Ah, der ist schon, der sieht schon gut aus hier, ne? Auch hier die Verstärkungen an den Seiten. Das ist schon, das ist schon gar nicht mal so Schrott, das Fahrzeug. Also, das ist schon mal gut für jeden, der in dem Spiel LKW fahren will. Kann ich nur empfehlen. Schönes Gerät. Link zu den Fahrzeugen ist ja immer in der Videobeschreibung. Dann fliegen wir mal Superman-mäßig einfach direkt hier hinter zu unserer Bahn. Bup, alter, vorbeigeflogen. Weiß, was schnell geht. Und ich werde mit dem Zug jetzt langsam losfahren. Und dann hoffen wir einfach, dass wir hier Gottmut aus nicht entgleisen. Ich werde mal gucken, dass ich so um die, wie soll ich sagen, so 60 kmh bis kurz davor erreiche. Nicht, dass wir wieder aus den Gleisen springen. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das gerade geschafft haben. Vorhin sind wir da mit über 100 angerauscht. Es ist eine gerade Strecke. Aber ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen an der Physik-Engine von BrickRick selbst. 60 kmh. Wir bleiben mal so bei 60. So, das sieht noch einigermaßen stabil aus. Ich glaube, so schlimm wird es erst, wenn wir wirklich anfangen, wenn das Gequitsche wieder anfängt. So, ich gebe mal wieder ein bisschen mehr Gas. Wir gehen mal so auf, wir bleiben um die 60 rum. Ich meine, wenn der kurz vorher ein Gleis ist, ist mir das eigentlich völlig egal. Nur halt nicht auf dem Weg dahin. Ich möchte einfach noch eine höhere Geschwindigkeit erreichen. Das ist eigentlich alles. Aber es ist wirklich ein schmaler Grad hier. Also das mit den Zügen und so Crashes aufnehmen, ist echt kompliziert. Ganz besonders, weil A, das auf die Schienen packen blöd ist. Es gibt auch keinen guten Streckenteil dafür. Aber gut, wir geben jetzt wieder Vollgas. Jetzt alles oder nichts, Leute. Ich hoffe, das klappt. Crash in 3 bei 80 kmh. 2, 1 und Freecam. Ein bisschen früh gemacht, ne? Und, und, rein da. Ja, 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 okay. Das erste Teil verabschiedet sich. Oh, der Zug. Den Zug hat es völlig aus den Gleisen katapultiert. Alter, was ist denn mit diesem Truck los? Jetzt, ganz ehrlich, ich sage bloß, ich habe... Der sieht so aus, als hätte... Nee, aber das ist ein Teil rausgeflogen. Der hat kein Gottmutter an. Guck mal hier. Komm, nehmen wir das Teil hier raus. Hallo? Kann ich damit das Teil haben hier? Dankeschön. Legen wir nochmal hin. So. Ähm. Ich habe kein Gottmutter an. Der ist einfach... Der ist so, wie er ist. Der ist... Der fährt sogar noch. Da ist gerade ein Zug mit 70 kmh reingecrasht. Und der M1 fährt weiter. Ja, gute Arbeit, würde ich sagen, ne? Was willst du da machen? Da blinken wir erstmal. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reingucken. Hoffe, ich hatte die Folge Spaß gemacht. Ähm. Das mit dem Zug war ja verrückt, ey. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag bezüglich, welchen Zug ich als nächstes nehmen soll. Wenn ich so eine Folge nochmal mache, ähm, schreibt es in die Kommentare. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Mir hat Spaß gemacht. Hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und wir sind erstmal weg in 3, 2, 1. Tschau, Leute. Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Disc? Gott sei Dank, wir haben mit über 3.000 Mitgliedern supergeile Kategorien richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freu mich auf euch. Und wenn ich euch dabei habe, euch auf euch ein paar Gerät auf dich sehen. Also bin ich auf euch.